herzlich willkommen beim mediale energetik treff heute schauen wir mal dass wir etwas für die leichtigkeit machen wo bist du leicht wo bist du beschwert oder wo bist du schwerer sagen wir mal so frage stell dir einfach mal die frage wo bist du leicht wo bist du beschwert oder wo ist etwas beschwerlich in deinem leben und das wäre schon eine ganz gute einleitung dass du dir das mal bewusst machst also wo hast du das gefühl etwas ist schwer etwas ist mühsam ist das körperlich bei dir ist irgendwo ein körperteil ein gelenkt was dir wehtut hast du das gefühl du hast schwere gedanken hast du das gefühl du hast schwere gefühle sorgen sorgst du dich um irgendetwas also wo ist eine schwere bei dir du machst mal einfach fest körperlich gedanklich emotional und genau in diesem aspekt werden wir heute mal leichtigkeit einladen werden wir auch schauen dass wir etwas lösen etwas erlösen und das etwas etwas inspirierter etwas leichter etwas mehr wird dass du dich innerlich aufrichtest ihm leichter und ich lade dich jetzt einfach mal dazu ein schließt mal deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und wir reden jetzt über leichtigkeit und schwere ok und visualisiert einfach mal leichtigkeit wie schaut denn das aus vielleicht sind das helle farben vielleicht ist das wie ein windhauch dass da was eleganter ist etwas 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 ja etwas hüpfend etwas springend wie schaut denn leichtigkeit aus gibt der leichtigkeit einfach mal so eine farbe also stell dir einfach mal so leichtigkeit vor oder ein bild das leichtigkeit für dich symbolisiert vielleicht ein lachendes kind spielende kinder was bedeutet leichtigkeit für dich was symbolisiert leichtigkeit und in diese energie dieses bild das speicherst du einfach mal ab leichtigkeit und nun erlaube dir einfach mal zu schauen wo hast du das gefühl schwer zu sein hast du körperlich irgendwo eine schwere mental in gedanken schwere eine seelische schwere und such dir einfach mal einen dieser bereiche aus und stell dir auch diese schwere ganz egal auf welcher ebene jetzt einfach mal bildlich vor was ist der unterschied zur leichtigkeit wenn du auf der einen seite die leichtigkeit hinstellst auf der anderen seite so diese schwere was ist der unterschied wenn du dir diese energien anschaust vorstellst vielleicht ist die eine heller die andere dunkler vielleicht vielleicht fließt die eine langsamer die andere schneller vielleicht ist die eine energie erdiger und die andere luftiger aber nimm nur mal diesen kontrast war und jetzt erlaube dir mal diese schwere die du empfindest dass du da leichtigkeit einlädst also wie würde diese energie ausschauen wenn da leichtigkeit drinnen ist also das bild das du hast deine schwere was braucht ihr dass die leichter ist und werte einfach mal kreativ du kannst diese energie umstreichen in einer in einer anderen farbe zum beispiel oder du kannst einen luftballon dranhängen dass die einfach schon einmal ein bisschen leichter ist oder du wäschst sie einfach ab du reinigst einfach mal diese energie also was braucht denn diese energie dass die leichter werden kann was 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 ist denn dann nötig und das erlaubt ihr dann einfach mal zu verändern diese energie und schau mal dass die heller dass die klarer wird was sich da verändert für dich und spür auch mit fühl auch mit ob es jetzt körperlich ist ob es mental ist ob es emotional ist was du da bearbeitest von der schwere fühl mal mit ob es schon leichter wird während du das da jetzt bearbeitest und wenn dir selber nichts einfällt dann lade einfach mal eine hilfsenergie ein die das leichter macht und das kannst du jetzt wirklich nach deiner eigenen vorstellung du kannst du einen engel bitten bitte einen engel der leichtigkeit dass der das leichter macht oder etwas erlöst bei dir oder einfach mal das farben einfließen die diese energie leichter machen lade einfach mal hilfsenergien ein spirituelle energien ein dass diese schwere leichter wird du wirst spüren dass da eine transformation stattfindet dass dieses bild das vorher sehr dicht war heller wird dass sich das wandelt dass du vielleicht sogar ein bisschen so violett reinfließt wo du merkst okay da ändert sich jetzt was da transformiert sich was und jetzt lade mal zu dieser schwere wirklich die leichtigkeit ein und schau mal wie sich das anfühlt die leichtigkeit fließt da jetzt ein in diesen aspekt ob das jetzt ein emotionaler aspekt war ein rationeller aspekt ein körperlicher aspekt ganz egal und lade das jetzt mal ein so du gibst jetzt mal das bild die schwere gibst du ab nach oben atmest mal tief ein und wieder aus und jetzt noch mal die leichtigkeit auf dieser ebene ein und jetzt spür mal wie sich das anfühlt für dich und erlaube jetzt wo die leichtigkeit schon in dir ist durch dich hindurch fließt erlaube mal die aspekte noch mal aufzeigen zu lassen von dieser leichtigkeit wo du es dir gerade schwer machst vielleicht auf deiner beziehungsebene vielleicht in freundschaften arbeitsumfeld wo machst du es dir gerade schwer erlaube dir das mal so wahrzunehmen und spür einfach mal ganz bewusst was sich da tut bei dir wenn sich die leichtigkeit in alle ebenen deines daseins ausweitet leichtigkeit weitet sich in dir aus in deinem körper in deinem gefühl in deinen gedanken die leichtigkeit weitet sich aus und spür das jetzt mal und spür das auch vor allem dass es durch dein becken durch deine oberschenkel unterschenkel beine fließt leichtigkeit 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 Und es fühlt sich jetzt generell mal an wie eine Reinigung Das heißt, vom Kopf, Schultern, Brust, Bauchraum, Becken fließt einfach jetzt diese Energie ab. Die Schwere und wird durch Leichtigkeit ersetzt. Und du kannst das durchaus begünstigen, indem du jetzt auch mal lächelst. Lächle einfach mal, es sieht ja niemand, es schaut ja niemand zu, lächle einfach mal. Und atme nochmal Leichtigkeit ein. Und jede Manipulationsenergie, die dir Schwere suggeriert, Alle diese anstrengenden Energien, alle die Stressenergien, die Stressmacher von außen, auch gesellschaftliche Stressmacher, dürfen jetzt dein Energiefeld verlassen. Meinungen, Meinungsmacher, alles was mühsam ist, was Energie einengt, was Energie verformt, zu etwas Festen machen möchte. Eine Fixiertheit. Also gesellschaftliche Fixierungen werden gelöst. Und du erlaubst dir jetzt wirklich mit einem freien Herzen, einer freien Energie, jeglichen Stress abzugeben und ganz in die Leichtigkeit zu gehen. Und vielleicht spürst du schon eine spielerische Freude, die in dir auftaucht, die in dir hochsteigt. Und erlaube dir mal, diese Freude auch zu fühlen. Es ist die Freude deines inneren Kindes, deines Unterbewusstseins. Es ist okay, du bist erfahren genug, reif genug, dass du es dir leicht machst. Nicht mit jedem weiteren Lebensjahr wirst du ernster und ernster und ernster und alles wird dichter und fester und fixierter. Nein, du wirst jetzt leichter. Jedes Jahr ist Erfahrung und aus dieser Erfahrung heraus wirst du leichter, nicht schwerer. Und die ganze Schwere lass jetzt mal hinter dir. Stell dir mal vor, du ziehst wie ein schwere Kostüm aus und das schmeißt du in die Vergangenheit, das ist weg. Und du gehst leichter, freudvoller, inspirierter in deine Zukunft. Und spür mal, wie sich das anfühlt. Spür mal, was sich da tut. Und erlaube dir jetzt mal, diese Leichtigkeit zu 100% anzunehmen und zu leben. Das ist eine Leichtigkeit, wie Schneeflocken, die fallen. Das ist eine Leichtigkeit, wie das Glitzern in der Luft, das Sonnenglitzern in der Luft. Die Blätter, die sich in der Sonne bewegen. Du spürst auch, rund um dich ist diese Leichtigkeit. Und du kannst diese Leichtigkeit wirklich in dir aufnehmen, dich inspirieren, ganz klar aufsaugen. Und du spürst, du weitest dich dadurch aus. Du wirst erhobener, du wirst leichter, freudvoller. Und in dieser Leichtigkeit, in dieser Freude, in dieser Erfüllung, da gibt es nur eine Qualität, um das auszudrücken, oder ein Wort. Und dieses Wort ist Danke. Und jetzt erlaub mal aus deinem Bauch, aus deinem Becken raus, ganz tief, Danke. Danke. Danke für diese wundervolle Qualität, dieses Geschenk. Danke, dass ich Leichtigkeit leben kann. Danke, dass ich Leichtigkeit leben darf. Und danke, dass ich mich heute zur Leichtigkeit entschieden habe. Und du atmest noch mal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt dieses Bild, das du dir zu Beginn der Meditation von Leichtigkeit gemacht hast. Du spürst diese Qualität, die Qualität dieses Bildes in dir durch dich hindurch fließen. Und du spürst, dass es gut ist. Bedank dich jetzt bei der geistigen Welt. Bei deinen geistigen Helfern und Führern, wenn du möchtest. Atme noch mal tief ein und wieder aus und streck dich durch. Bewege deinen Körper und fühle noch mal rein. Was hat sich getan? Hat sich was verändert in deinem Körper? Hat sich was verändert in deinen Gefühlen, in deinem Kopf, in deinen Gedanken? Und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du so weit bist, dann öffnest du deine Augen, streckst dich durch. Nimmst dir noch mal diese Qualität mit, fühlst nach und kommst ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich getan? Ich bin gespannt. Schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Abonnier den Kanal. Teil das Video, wenn du jemanden kennst, der vielleicht ein bisschen Leichtigkeit brauchen könnte. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Entweder hier auf YouTube oder bei einem meiner Kurse. Ob es jetzt online ist oder live bei mir in Linz. Tschüss, bis nächstes Mal. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017